Heute der 18. Oktober 2020, immer noch Corona-Zeit. Nichts darf gefeiert werden, deshalb hier ein kleiner Ausgleich. Liked das Video weiter oder zeigt es euren Eltern, Großeltern, damit die mal wieder ein bisschen Stimmung bekommen. Es fängt schmuckvoll an, danach bitte alle einhaken, denn kommt bei Schumpel-Lieder. Ich wünsche euch viel Freude, auf geht's! Musik Wenn der Frühling kommt, dann schenke ich dir den Vollblau-Sangstherdamm. Wenn der Frühling kommt, dann schenke ich dir den Vollblau-Sangstherdamm. Wenn der Frühling kommt, dann schenke ich dir den Vollblau-Sangstherdamm. Musik Wenn der Frühling kommt, dann schenke ich dir den Vollblau-Sangstherdamm. Musik 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 Wer hat so viel Flügel, 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 wer hat so viel Geld gemacht? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestimmt? Wer hat so viel Flügel, Flügel, wer hat so viel Geld gemacht? Ander kann man denken, 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 ander kann man denken. Susanne, wie ist das Leben noch so schön? Oh, zusammen, wie ist das Leben schön? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das bringt nochmal ein bisschen Stimmung in die Bude. Ich wünsche euch viel Freude damit und bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang. Tschüss!